Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5, der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Salzburg-Rosenheim und haben heute die Aufgabe, unseren SBB bzw. unseren Eurocity 115 bzw. wir können auch den Eurocity 114 nehmen, auf der Fahrt von Salzburg-Hauptbahnhof nach Rosenheim. Hauptbahnhof im weiteren Verlauf fährt der Zug dann weiter bis nach München-Hauptbahnhof. Ich bin am überlegen, ob das wieder mehr teiler wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir erstmal unsere Lok an den Zug bringen. Das werden wir jetzt erledigen. Vorher sehe ich, müssen wir aber noch die Scheibenheizung einstellen, die Windschutzscheibenheizung, weil uns friert hier so ein bisschen die Scheibe bzw. sie beschlägt und das geht natürlich gar nicht. Das heißt, das machen wir mal kurz so. So, dann würde ich sagen, jetzt wird es frei, oder? Ja. Also wir setzen auf jeden Fall erstmal an den Zug heran. So. Wunderschön, wunderschön. Hey, das war ein bisschen fix. Das war ein bisschen schnell. Das gebe ich ehrlich zu. Das müssen wir noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen üben, gebe ich zu. Mein Gott, lass mich doch mal da. Sie fahrt, zwangsbremsung. Störung, sie fahrt, zwangsbremsung. Störung, störung. Machen wir denn sie fahrt und sowas schon alles an? Gibt es doch gar nicht. Egal, lassen wir das. Dann machen wir es halt jetzt nochmal. Eine Information zur Regionalbahn nach Landshut, Hauptbahnhof, Abfahrtszeit 15 Uhr ab. Dieser Zug fällt heute ab. Wir bitten um Entschuldigung. Nächster Zug ist in der Hauptbahnhof, Regional Express 5. Dann öffnen wir mal die Türen, weil das macht er nämlich nicht. So, dann muss ich mir die Zugdaten einstellen. Und zwar die Neuen, 18, 26 und die 20 für die Höchstgeschwindigkeit. So. Zack, dann. Zugzahlmaschine aus. Zugdaten müssen wir eingeben. Als allererstes mal das Netz ändern. Das war auf Österreich. So, das haben wir soweit. Dann können wir die Zugdaten eingeben. Das haben wir. Dann können wir hier die Zugnummer eingeben. Ebenfalls hier auch 114. Eben. So, dann machen wir das Ganze dunkel. Zack. So. Das haben wir soweit. AFB auf jeden Fall noch. So. Das Ganze auf 40. So. Route müssen wir noch verlegen. Und zwar das Ganze bis nach Rosenheim. Gleis 3 werden wir nehmen. Genau. Wir haben grün. Das heißt, wir könnten eigentlich soweit abfahren. Wir müssen aber wahrscheinlich noch eben kurz aussteigen. weil wir, glaube ich, die Schlussleuchten noch anhaben an der Lok. Wenn ich nicht alles siehste. Das ist nämlich. Machen wir eben aus. Und dann sind wir soweit. Genau. So. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Und dann haben wir Ausfahrt. Wir können ja noch ein bisschen Regen. Beziehungsweise ein bisschen Schnee hier machen. Das ist doch so ein leichter Schneefall. Das sieht doch schön aus, oder? Ich finde das richtig schön. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's. Nächster Halt. Salzburg. Ach ja, die gute 101. Ich liebe es. Ist das schön. Noch bei Lampi, wahrscheinlich Deutschland sein. Ach komm, jetzt zick doch nicht rum hier. Das ist doch wirklich traurig. Echt, das ist doch abartig. Es ist abartig. Das ist nicht mehr immer normal. Das gibt's nicht. Echt, das ist abartig. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Schöne, das ist doch abartig. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Der hat mich. Ich teälsse an. Jetzt ist noch mal hin. Ich kann mich. Ich kann mich. meine güte sowas hasse ich ehrlich das ist doch nicht normal dass hier fast 100 prozent leistung aufschalten muss ehe der wort mal los fährt das gibt es nicht echt da fehlen mir die worte für ehrlich das ist nicht normal es macht keinen spaß mehr die 100 einzuparen muss ich ganz ehrlich sagen ich mag die 101 aber das ist echt nicht normal naja unser zug fällt aber nicht aus wir fahren von salzburg nach münchen so wir sollten die scheime schon mal ein wenig einstellen denn wir haben leicht den schneefall wie gesagt das mit dem schneefall könnt ihr ganz einfach so machen ihr braucht dafür auf jeden fall den god modus und dann habt ihr diese punkte umgebungsvariablen und dann könnt ihr das hier einstellen windstärke windrichtung und solche dinge ja machen wir ein bisschen wintervegetation so dann sieht das doch schon gleich richtig schön aus ach schön 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 so wir dürfen 100 und dann können wir den schneefall schön anpassen wir können ja im laufe der fahrt noch ein wenig mehr einstellen bis hin zum richtigen schneesturm also das ist alles möglich mit dem god modus so so langsam kommen wir dann noch auf geschwindigkeit 120 dürfen wir dann gleich schon wir haben das erste hp 0 vielleicht ändert sich das noch warten wir es einfach mal ab so lange brauchen wir auf jeden fall erstmal nicht beschleunigen würde ich sagen das macht glaube ich jetzt wenig sinn wir sagen wir warten einfach ab was das signal macht ja es sieht so aus als ob wir hier mal in die bremse gehen müssen da haben wir schon das erste hp 0 da haben wir schon das erste hp 0 könnte das an dem da vorne liegen könnte das an dem da vorne liegen da steht ein hä muss ich aber gleich mal entfernen irgendwas stimmt doch da gar nicht da steht ein güterzugs im weg irgendwie ich glaube da müssen wir gleich mal ein paar züge entfernen irgendwie geht das hier gerade gar nicht weiter das dauert das vielleicht wieder 100 jahre bis sie losfährt hier ach das ist doch tragisch so dann schauen wir mal was da jetzt das problem ist so da steht ein güterzug der hat auch rot da kommt ein zug aber warum hat der güterzug jetzt rot das erschließt sich mir noch nicht ganz hm ach deswegen der muss den anderen vorbei lassen den anderen güterzug so kollege was ist jetzt hier los so kollege was ist jetzt hier los so kollege was ist jetzt hier los dann mach was folgendermaßen so dann darf der nämlich fahren weil der güterzug weg ist und danach dürfen wir und dann meine sehr verehrten fahrgäste aufgrund eines haltzeigenden signals wird sich unsere weiterfahrt um ein paar minuten verzögern wir bitten um Verständnis jetzt so wie sieht's aus jetzt der muss aufwech sonst kommen wir hier nicht weiter so vor uns ist doch keiner mehr so wir dürfen doch oder ne wir haben immer noch rot gibt's doch gar nicht ach deswegen ok den habe ich nicht gesehen wenn und die verantwortung wir wissen was ist noch mal dass wir Der muss ja mittlerweile mal durch sein da. Eigentlich. So. Hey, diesmal zickelt sie nicht rum. Sehr gut. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. So. Sie war. Sie war. Würde ich sagen, dürfen wir jetzt zumindest auf 90. Oder sehe ich das falsch? So. So, das hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert. Aber sowas gehört dazu, dass andere Züge vorbei müssen. So. Ja, da muss man halt mal ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen. So. 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 und ob das ein Märteil wird, das entscheidet ihr ganz alleine. so. 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 damit haben wir wieder deutsches Netz. Und die Zuganmeldung ist auch erfolgt. Wunderschön. Ja man hat ne Menge zu tun als TF, also das seht ihr ja. Man ist hier nie so wirklich entspannt. Besonders hier auf dieser Strecke. Es gab schon erheblich viel zu tun jetzt in den ersten Minuten. Ach Scheiße. Sorry, das war meine Schuld. Falsche Taste. So, gleich unter 10. So, gleich unter 10. Und dann gleich im weiteren Schritt. 100. So. 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 echt fun finde ich vor allem das während des laufenden spiels möglich könnte das hier immer wieder verändern und ich finde das richtig richtig schön da kannst du die windstärke noch ein bisschen nach vorne dann die windrichtung es geht nicht temperatur nebeldichte solche dinge alles einstellen ich finde das richtig richtig schön so nach wie vor 100 so 52 kilometer noch bis rosenheim wie gesagt ihr entscheidet ob der zug weiter fährt wo er fährt ob er weiter nach münchen fährt von münchen dann noch weiter das entscheidet ihr alles in den kommentaren unter diesem video so 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 also wie gesagt schreibt fleißig unter diesem video was ihr sehen wollt wohin der zug fahren soll das alles entscheidet ihr so 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 110, ich denke 130, dann kommen wir mal langsam wieder auf Geschwindigkeit hier. Sieht wahr, 1.30 Uhr. 1.30 Uhr. 114 Uhr von Salzburg über Rosenheim nach München, vielleicht sogar noch über Würzburg, Frankfurter Main, Köln Hauptbahnhof und schließlich dann Essen Hauptbahnhof. Von mir aus hohe bis Dresden, wenn ihr das wollt, wie gesagt ihr entscheidet, wohin der Zug fährt. Aktuell ein bisschen wenig KI-Verkehr für meinen Geschmack, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Schauen wir mal. So, 43 Kilometer noch, dürfen wieder 130. Wir können ja mal schauen, was wir hier noch zaubern können. Jetzt machen wir mal weiter nach vorne, jetzt machen wir noch weiter. Jetzt wird es richtig, wie die Windstärke, volle Pulle. So, jetzt geht es los hier. So. Sehr schön. So, jetzt müssen wir auch mit dem Scheibenbischer, glaube ich, ein bisschen. Genau. Oops. So, jetzt muss ich gehen, wie das ist. Ayo, 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 guckert. So Ja, hat sich schon ordentlich verändert das Wetter. Wir können das ja, wenn wir kurz vor Rosenheim sind, wieder so einstellen, dass es sich wieder ein bisschen aufklart, der Schnee ein bisschen weniger wird und und und, das ist alles möglich. Wir können den Zug auch über Koblenz fahren lassen, einfach Frankfurt, Mainz, Koblenz, Köln, Essen, Dresden, wie ihr wollt, also das ist euch überlassen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ist ein bisschen, was ihr habt, also das ist ein bisschen, was ihr habt, also So, vielleicht schon wieder 90, das heißt So, vielleicht schon wieder Wunderschön Sehr schön, sehr, sehr schön Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund des radikalen Wetterwechsels müssen wir unsere Fahrt bzw. unsere Geschwindigkeit ein wenig anpassen Wir werden nun mit etwas verminderter Geschwindigkeit fahren Sobald sich das Wetter wieder bessert, werden wir auch die Geschwindigkeit wieder dementsprechend nach oben anpassen Wir bitten um Verständnis Ich wiederhole aufgrund des sich verschlechternden Wetters und der Zunahme des Schneefalls Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, die Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen Sobald das Wetter sich wieder verbessert, werden wir die Geschwindigkeit selbstverständlich wieder nach oben anpassen Wir bitten um Verständnis So So Ich denke wir können das Wetter mal wieder ein bisschen besser machen Und zwar Bewölkung nimmt komplett ab, es reißt auf So Der Niederschlag lässt so gut wie nach So Nächste Grad ist auch nicht mehr so hoch Genau Das heißt wir können die Schallmische auch glaube ich abstellen Genau Und die Geschwindigkeit nach oben hin anpassen Meine sehr verehrten Fahrgäste Das Wetter scheint sich erstmal verbessert zu haben Der Schneefall hat abgenommen Die Sonne ist rausgekommen Wir werden dementsprechend natürlich unsere Geschwindigkeit wieder nach oben anpassen Und wünschen ihnen noch eine weiter Weiterhin eine gute Fahrt In unserem EuroCity Auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof So ein bisschen schneidet es aber noch Das werden wir jetzt komplett ändern Wir werden jetzt den Niederschlag ausmachen Zack Einmal mit einem Wischer drüber Dann wird die Scheibe klar Und dann dürfte das Das gewesen sein So Wunderschön Da dürfen wir jetzt auch 140 Wie als Stichwort Kommt das Wetter besser Dürfen wir schneller fahren Das ist wirklich Wie als Stichwort Absolut genial Diese leicht angezuckerten Berge Das ist einfach eine Traumhaft Das ist so eine schöne Strecke Besonders im Winter Das ist wirklich wunderschön Das kann man nicht anders sagen Das ist einfach so eine schöne Stichwort Das ist einfach so eine große Stichwort Das ist einfach so eine schöne Stichwort Das war's für heute. Ah 130, wie war ein ganz so schönem Flow? So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Titel nennen werde, ob mit dem EC114 nach, oder ob ich das so sage, mit dem 100, ganz ruhig, mit dem EuroCity nach Dresden? Weiß ich noch nicht. Was ist das hier? Achso, 8, 9, 10, zack, gut. Jetzt bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt, wie ich den Titel nennen werde. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr bestimmt, wo der Zug hinfährt, ob der wirklich hoch bis Dresden fährt. Das alles liegt an euch, ihr entscheidet. Siva, Siva. Also wie gesagt, ihr stimmt ab, ihr entscheidet unter dem Video in den Kommentaren, wohin dieser Zug fährt. Ab Rosenheim, beziehungsweise ab München Hauptbahnhof, weil ab Rosenheim können wir leider nichts mehr mehr hinfahren. Also, Startbahnhof wäre dann München Hauptbahnhof bis nach Augsburg. Dann würde dieser Zug wohin weiterfahren? Das alles entscheidet ihr. Das alles entscheidet ihr? Auf jeden Fall fährt der Zug erstmal bis nach Rosenheim, dann wird es auf jeden Fall weitergehen auf der Strecke München-Oxburg. Und genau, ihr entscheidet dann, ob dieser Zug weiterfährt oder nicht. Das alles entscheidet ihr. Das alles entscheidet ihr. Das alles entscheidet ihr. Sie fahren, sie fahren. So, 20 km noch. Sie fahren, sie fahren. Da fährt unser Euro City. Was eine wunderschöne Winterlandschaft. Wunderschön. Wunderschöne Winterlandschaft. So, wir nähern uns. Wo ihr den Gottmodus findet, habe ich schon mal in einem extra Video euch präsentiert. Und zwar geht ihr dazu auf die Seite www.trainsimcommunity.de Und ja, dann werdet ihr da auf jeden Fall unter einem der Punkte dann auch den Gottmodus finden. Ich habe euch aber in dem einen Video dann auf jeden Fall, habe ich euch dann einen Link hingesetzt. Also müsst ihr ein bisschen scrollen und dann werdet ihr das auf jeden Fall finden. Und dann werdet ihr das auf jeden Fall finden. Tschüss, ich dann klatsche. Bei den realizarmen Doch, ändert sich. So sieht das HP0 doch noch erspart geblieben, sehr schön. So sieht das HP0 doch aus. Oh, was kommt denn da? Ach, sehr schön, habt ihr das gesehen? Wunderbar. So, die Bewölkung nimmt langsam wieder zu. So, ihr seht das. Wieder etwas Niederschlag. Okay. Sieg. Und schön dürfen wir wieder nur 100 fahren. Ups. Sieg. Sieg. Meine sehr verehrten Fahrgäste. Kurz vor Rosenheim setzt der Schneefall doch nochmal etwas vermehrt ein, sodass wir unsere Geschwindigkeit ein weiteres Mal dementsprechend anpassen müssen. Wir bitten um Verständnis. So. 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 Sieg. 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 So. 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 Mate, haben wir alles dabei heute. Meine sehr verehrten Fahrgäste, zu dem Schnee ist jetzt auch noch der Nebel gekommen. Dementsprechend werden wir unsere Geschwindigkeit ein weiteres Mal anpassen müssen. Wunderschön, wunderschön. 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 Das ist so. da sitzt noch acht kilometer Siva, Siva Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürz erreichen wir unseren nächsten Halt in Rosenheim Hauptbahnhof Sie werden alle Anschlusszüge erreichen Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre persönlichen Sachen nicht im Zug liegen lassen Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag Sieg 5, Sieg 5. So, zum Schluss kommt dann die Sonne wieder raus. So, kommen wir doch bei schönstem Winterwetter in Rosenheim an. So, zum Schluss kommt die Sonne wieder raus. So, wir bleiben selbstverständlich bei 80. Wir gehen jetzt schon mal vorsichtshalber auf 60 runter. Und dann fahren wir langsam in den Bahnhof Rosenheim ein. So, wir bleiben hier so. Sie fahren, Sie fahren. Wir haben Gleiswechsel deswegen. Die Abbremmung ist etwas zu stark, finde ich. Das ist ein bisschen krass. Sie fahren, Sie fahren. Das ist eine Beeinflussung. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen Rosenheim. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ich korrigiere, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Sie fahren, Sie fahren. Ich denke, viele Männer haben etwas detto. ein bisschen müssen wir noch na komm auf ein so das dürfte genügen ja definitiv gut dann können wir hier die türen öffnen so wie gesagt ihr entscheidet ob dieser zug weiter fährt bis nach also noch münchen definitiv und ab münchen entscheidet ihr wie dieser zug weiter fährt ich freue mich auf eure kommentare unter diesem video ich hoffe fürs erste hat es euch gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da wenn nicht passt wenn wir nicht macht immer gar nichts passt auf euch auf hat noch ein schönes wochenende eine schöne zeit morgen bin ich nicht da und ja dementsprechend wird es morgen kein video geben ja ich wünsche euch wie gesagt eine schöne zeit habt eine schöne schönes restwochenende bleibt gesund bleibt mir treu bis zum nächsten mal euer der demyspieters haut rein tschau servus und tschüss während dort noch ein ic reingefahren steuerbank voraus das ist auch noch ein schöner anblick das nehmen wir doch eben mit würde ich sagen genau der fährt wahrscheinlich gleich weiter nach salzburg da geht jetzt die türen auf genau also wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn nicht macht immer gar nichts passt auf euch auf habt eine schöne zeit bleibt gesund bleibt mir treu bis zum nächsten mal euer denyspieters haut rein ciao servus und tschüss